Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Photoshop-Profis aus dem Hause Galileo Press. Mein Name ist Matthias Schweighofer und ich nehme Sie jetzt mit auf eine Reise in genau die Art von Bildern, die ich am allerliebsten mag. Und zwar Charakterportraits. Es geht um Kalkaturen, die eben mit Photoshop gemacht werden, die sogar schlussendlich fast gezeichnet oder gemalt aussehen. Und genau das ist meine große Leidenschaft. Ja, das heißt, ich nehme euch mit von dem ursprünglichen Bild bis zum fertigen Composing. Dann seht euch die ganze Geschichte mal an und wenn ihr Blut, naja, sagen wir ein bisschen Ölfarbenfilter, dabei geleckt habt, interessiert euch bestimmt dann auch für meine DVD kreatives Fotodesign, das eben auch im Hause Galileo Press erschienen ist. Dann würde ich mal sagen, macht die Backen ein bisschen schlaff, weil es wird jetzt viel gelacht. Viel Spaß mit meinem Composing. Tja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Das Bild hier hat mir die Diana Chilbada zur Verfügung gestellt. Die hat bei einem kleinen Wettbewerb bei mir auf meiner Facebook-Seite gewonnen und ich möchte dieses Bild mit euch gemeinsam jetzt bearbeiten. Einziger Nachteil, ich habe es selber noch nie bearbeitet. Das heißt, ihr lernt jetzt von mir, wie ich so richtig freestyle. Aber, mei, ich glaube, das kriegen wir schon hin, oder? Das Ausgangsmaterial ist mal sehr gut. Es ist ein sehr schrilles Foto. Auch schon eine gute Idee darin. Und das Feine ist, es dürfte mit einem recht großen Weitwinkel fotografiert worden sein. Schauen wir mal. Bei 20 Millimetern wurde es fotografiert. Also perfektes Ausgangsmaterial eben für eines dieser Composings, dieser schrillen Charakterportraits. Was machen wir denn? Schauen wir uns mal die Schärfe an. Doppelklick auf die Lupe. Woll, Schärfe ist gegeben. Könnte noch ein bisschen mehr sein. Man sieht hier hinten in den Augen, da wird es schon unscharf. Der Fokus dürfte eher hier oben gelegen sein. Das passiert manchmal, gerade wenn man Selbstportraits macht, dass der Fokus ein bisschen verrutscht. Trotzdem, Blende 8. Naja, schauen wir, was wir rausholen können. Wir können nämlich hier in den Details mal den Betrag hier rund auf 70 rechnen. Und die Details selber auf zwischen 30 und 40. Mit gedrückter Altaste verschieben wir jetzt den Schärfepunkt noch genau auf die Brillengläser und auf die Augen. Man sieht, alles was weiß ist, bleibt scharf. Alles was schwarz ist, bleibt so unter Anführungszeichen unscharf, wie es schon vorher war. Das Bild schneide ich mir ein bisschen zurecht. Da spare ich mir dann weitere Retusche gerade nach oben hin. Das Ganze wird bestätigt. Und ich brauche ja auch noch hier über dem Kopf noch ein bisschen Platz. Den habe ich mir jetzt da freigelassen, da ich definitiv den Kopf auch noch größer machen werde. Was haben wir für Probleme? Ja, die Haare hier gehen über den Hals drüber. Das heißt, wenn ich den Kopf dann ausschneide und größer mache, werde ich sicher hier bei den Haaren an den Übergängen vielleicht einzelne Probleme haben. Mal sehen, wie das funktioniert. Aber lasst uns erstmal hier im Raw Converter noch das Bild perfekt für Photoshop vorbereiten. Ich ziehe die Lichter hier ein bisschen nach unten, einfach um noch ein bisschen mehr Strukturen hier im Hals und im Gesicht zu bekommen. Man sieht, das Vorher-Nachher-Ergebnis ist auf jeden Fall besser. Ja, passt ganz gut. Die Kontraste minimiere ich auch ein bisschen. Einfach nur, um dann sicherzugehen, dass ich im Photoshop meine eigenen Kontraste noch einbauen kann. Und ja, rauscht nicht, sieht mal ganz cool aus. Die Klarheit vielleicht ein bisschen nach oben, gibt zwar wieder wenig Kontrast hinzu, aber macht gerade Haarstrukturen und hier diese Details in den Filmrollen ein bisschen knackiger. Ich denke, das Ergebnis so passt auf jeden Fall. Dann gehen wir mal rein in den Korrekturpinsel. Der Korrekturpinsel kann uns jetzt hier schon einiges an Farbdetails herbeiholen. Und zwar werde ich jetzt mir einen Pinsel mischen, der in den Werten hier eigentlich relativ normal ist. Einzig der Blauwert geht mal nach oben. Der Pinsel wird ein bisschen größer gemacht. Und ich färbe hier mal ordentlich dick mit Blau ein. Das muss nicht so bleiben und das ist ja das Angenehme hier im Raw-Converter. Wir arbeiten sehr non-destruktiv. Das heißt, wir können jederzeit die Einstellungen, die wir gemacht haben, wieder rückgängig machen oder einfach nur verändern. Das heißt, ich kann auch sagen, ich möchte das Ganze lieber gelblich haben oder vielleicht sogar ein bisschen den Grünton rein. Weil Grün kommt im Bild ja schon vor. Schauen wir mal. Grün-bläulich vielleicht. Ja, das würde ganz gut aussehen. Wenn ich denn hier das Grün in der Augenbinde lasse. Aber ich denke schon, das sieht mal ganz cool aus. Die Sättigung gebe ich hier noch ein bisschen nach oben. Optimal. Eine neue Pinselspitze, die darf ein bisschen dünkler sein. In der Klarheit geht die nach oben und in den Tiefen geht sie auch nach unten. Das heißt, wir arbeiten definitiv jetzt ein wenig dunkler. Ich möchte mir hier so die Ecken so ein bisschen dunkel machen. Hier unten auch schon. Ich muss dann natürlich schon noch ein bisschen retuschieren hier unten, weil gerade in dem Bereich hier um die Hüften rum sieht man, dass der Hintergrund aufgehört hat zu existieren. So. Falls Sie irgendwas falsch gemacht haben, drücken Sie die Alt-Taste. Und Sie können mit der Alt-Taste dann in den Radiergummi wechseln. Und somit das Ergebnis wieder ein wenig minimieren. Passt ganz gut. Ich ziehe noch eine Vignette auf. Das hätte ich jetzt vorher zwar auch schon machen können. Aber ich verstärke das gerne. Die Kanten müssen aber weich sein. So, genau. Und hier wird einfach noch ein wenig rumprobiert. Ein bisschen heller gemacht vielleicht die ganze Geschichte. Perfekt. Ist doch eigentlich schon mal gutes Ausgangsmaterial. Ja. Ich denke, es kann losgehen. Das Bild wird geöffnet in Photoshop. Und wir starten auch gleich mit dem Duplikat der Hintergrundebene. Die wird Retusche benannt. Immer sauber bleiben. Immer versuchen. Alles so ordentlich wie nur möglich zu beschriften. Und dann widmen wir uns auch gleich hier unten dem Bereich hier, der mir eigentlich nicht so gut gefällt. Der sollte noch rausretuschiert werden. Ich wende dazu einfach nur eine Pinselspitze an, nehme mir einen Farbton auf und stempele ihn relativ grob hier ran. Es muss gar nicht so perfekt sauber sein. Sie können jederzeit dann im Nachhinein das Ganze noch ausbessern. Und es kommt ja sowieso noch eine Art Comic-Look über das Bild, das eben so Unfeinheiten noch ein wenig ausmergelt. Ausmergelt. Perfekt. Gut. Ich freue mich jetzt richtig auf das Bild, weil ich glaube, dass das ganz cool wird. Man muss da gar nicht so viel machen. Aber man sieht schon an der Verzerrung hier an der Optik, was das für eine harte Linse war. Also 20 Millimeter. Das ist äußerst gut. Okay. Gut. Aber bei äußerst gut, lassen wir uns mal mit dem Kopf beginnen. Den lassen wir uns nämlich richtig gut aussehen. Dann eine kreisförmige Auswahl umfasst den ganzen Kopf. Ich würde mal sagen so. Command und J dupliziert das. Command und T macht einen Transformierungsmodus draus. Und jetzt ziehen wir mal den Kopf eine Spur größer. Eine Spur klingt fast ein bisschen übertrieben. Es ist natürlich übertrieben. Also ich versuche hier wirklich so viel wie möglich zu verzerren. Und passe mir jetzt auch schon mit diesem Reformwerkzeug eben die Schultern wieder einigermaßen an. Und hier die Haare. Ich habe vorher schon erwähnt, dass gerade die Haare hier wahrscheinlich so ein bisschen ein Problem ergeben können. Aber ich denke, das kriegt man ganz gut hin. Hier in der Mitte wird es sich vielleicht noch ein bisschen, ja, spießen. Na ja, sieht doch ganz cool aus. Das Ganze wird bestätigt. Eine Maske wird gesetzt. Und jetzt muss mit dieser Maske gearbeitet werden. Ich nehme dazu einen ganz normalen Pinsel, weiche Kante. Der muss auch nicht hundertprozentig auf voller Deckkraft sein. Weil der macht diesen Schein, den wir hier eben in der Vignette vorher schon aufgezogen haben, so ein bisschen blasser. Achtet darauf, dass ihr nicht in andere Teile des Bildes reinmalt. Also der Helm soll unbeschadet bleiben. Okay, vorher, nachher mal. Ja, hier unten haben wir noch eine Kante drinnen. Die muss raus. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier bei den Haaren funktioniert. Da gehe ich jetzt mit der Deckkraft ein bisschen höher, dass ich gleich das Ergebnis sehe. Ja, und hier muss man einfach so ein bisschen zackig arbeiten. Die Pinselspitze vielleicht ab und zu mal ein bisschen schärfer einstellen. Dass man eben gerade solche Kanten wie hier bei einem Band besser machen kann. Das passt. Hier gehe ich dann wieder mit der Deckkraft runter. Versuche das Ganze so zu verbinden. Ja. Bei der Filmrolle hier, da würde uns wahrscheinlich keiner fragen, ob das jetzt ausgeschnitten ist oder nicht. Das passt. Die Haare hier auch noch gut angepasst. Hier das Bändchen. Mal schauen. Ja, das klappt ja wunderbar. Also ich mache das wirklich auch zum ersten Mal jetzt. Also dieses Bild meine ich. Und ich bin erstaunt, dass es so gut funktioniert. Ich sehe hier mit freiem Auge eigentlich kaum mehr eine Kante. Das passt gut. Ja. Manche fragen mich ab und zu mal, warum man bei dieser Auswahl nicht gleich die... Wenn man hier auf die Auswahl geht, kann man hier die weiche Kante noch einstellen. Ich sage nein, bleibt lieber scharf. Und macht das dann selbst mit eurer Maske hier. Weil diese Maske ist kontrollierbar. Und diese Kante hier oben eben nicht. Deswegen würde ich raten, macht das einfach so wie ich jetzt gerade. Das Ergebnis passt ganz gut. Eine Karikatur braucht definitiv, ja, ein ausdrucksstarkes Gesicht. Man könnte jetzt schon ordentlich mit dem Verflüssigungsmodus anfangen. Aber ich probiere jetzt vorher nochmal was. Und zwar möchte ich mit dem Lasserwerkzeug mir vorweg schon mal hier die Nase ein bisschen freistellen. Ich mache das ohne weiteres ein bisschen grob. Auch wie vorher jetzt schon beim Kopf. Dass ich genug Freiraum rundherum habe, muss natürlich in meinem Bild selbst sein, nicht in der Maske, dupliziere mir die Nase. Ich beschriffe das auch ganz kurz, weil wir werden dann schon einige Ebenen haben, dass wir dann auch Kontrolle über das ganze Bild haben. Das ist der Kopf gewesen, genau. Wieder hoch zur Nase. Und diese Nase werden wir jetzt auch wieder transformieren. Ja, gut. Bisschen größer machen. Verformen. Und hier die Lippen wieder anpassen. Und da ist eben dieses Verformgitter unglaublich cool. Da kann man so richtig gut arbeiten. Also ohne diesen Verformgitter werden die meisten meiner Bilder gar nicht gut. Ich mache mir so eine richtig schöne Hakennase hier rein. Perfekt. Und auch hier wiederum brauche ich eine Maske, um eben meine Ränder hier ein wenig weich zu bekommen. Dass die Übergänge schön passen. Und vor allem hier diese Nasenkante. Die darf ja nicht mehr existieren. Das Auge muss ja eigentlich wieder genau an der relativ scharfen Nase vorbeigehen. Und hier der Übergang, den machen wir komplett weich. Dann passen auch diese Härchen wieder, die da reinfallen. Vorher, nachher. Ja, die arme Dame. Warum mache ich das nicht im Verflüssigungsmodus? Ja, im Verflüssigungsmodus verschiebe ich meine einzelnen Pixel. Das heißt, ich würde mir hier viel schwerer tun mit dem Auge, weil ich das Auge mit verschieben würde. Deswegen arbeite ich so ein bisschen vor und mache dann zu guter Letzt die Party hier im Verflüssigungsmodus. Ich arbeite jetzt aber auch noch den Mund ein bisschen aus. Nehme da die Haare bewusst ein wenig mit. Wird wieder dupliziert. Command T. Leg die aber über die Nase. Einfach nur, weil ich möchte, dass die weiche Kante dann auf der Nase liegt. Wiederum Command und T. Ein wenig größer gemacht. Achso, ich könnte dir das auch noch schnell zeigen. Wenn ihr hier den Mittelpunkt ein bisschen verschiebt, ungefähr hierher, und jetzt größer macht, verschiebt sich der Mund mehr nach links. Das heißt, von hier aus wird zentriert. Kann manchmal recht hilfreich sein. Auch, wir haben hier den Ankerpunkt auf der Seite. Macht ab und zu auch recht Laune, wenn man so Bilder verformt. Und auch jetzt wird der Mund so wie die Nase eben angepasst. Gut, ich mache das ein bisschen schneller. Leg eine Maske rein. Zoom ins Bild. Und werde mir jetzt eben mit meinem Pinsel hier die Lippen noch schön wieder ins Gesicht reinpinseln. Der Übergang zu den Haaren passt auch. Ja. Das ist echt ein gutes Ausgangsmaterial. Hätte ich mir nicht gedacht, als ich das Bild am Anfang bekommen habe, dass das so einfach wird. Wenn Sie was falsch gemacht haben, wechseln Sie nochmal in die weiße Farbe und malen wieder ein bisschen was zurück. Das ist ja der Vorteil in diesen Masken. Man ist da unglaublich flexibel und kann einfach sehr, sehr schnell vor- und zurückarbeiten. Passt. Jetzt müssen Sie sich sicher sein, dass das Bild passt, weil jetzt kommt der nächste Schritt und der ist das Verflüssigen. Und beim Verflüssigen müssen alle Ebenen eben wieder zu einer zusammengelegt werden. Das heißt mit Command-Alt-Shift und E, beziehungsweise Control-Alt-Shift und E, falls Sie mit Windows arbeiten, können Sie das machen. Dann bekommen Sie hier oben eine neue Ebene. Das heißt, alle Ebenen werden zusammengerechnet und oben als neue Fotoebene im Prinzip gezeigt. Die wird jetzt mal in ein Smart-Object konvertiert. Warum in ein Smart-Object? Nun, wir verflüssigen jetzt und es kann durchaus sein, dass Sie vielleicht in ein, zwei Minuten dann nach dem Verflüssigen sagen, ah, irgendwas passt noch nicht. Dann haben Sie eben dieses Smart-Object und können jederzeit wieder reingehen. Aber wo reingehen? Wir gehen in den Verflüssigungsmodus. Im Großen und Ganzen ist der Verflüssigungsmodus hier die Baustelle, in der der ganze Arbeit gemacht wird. Arbeiten Sie hier wirklich fleißig, sauber und vor allem passen Sie auf, dass es nicht zu lustig wird. Dieses nach links verschieben Werkzeug funktioniert so, Sie suchen sich einfach irgendwelche Kanten aus und malen diese nach. Ganz einfach, so funktioniert das. Ich nehme hier diesen Helm, fahre der Helmkante nach und so wird das Verflüssigungstool dann einfach angewandt. Es wird immer größer. Falls es kleiner wird, probieren Sie mal die andere Richtung, dann wird es auf jeden Fall größer. Achtung nur hier, die Binseldichte, der Binseldruck, der sollte so gering wie nur möglich gehalten werden. Dann stellen Sie einfach die Binseldichte ein bisschen runter und den Druck eben auch beim nächsten Bild, das Sie bearbeiten, werden Sie diese Einstellung dann auch wieder finden. Und jetzt stellt sich die Frage, wie man diese Dame noch hübscher, ist jetzt falsch gesagt, noch kreativer, nennen wir es so gestaltet. Ich möchte hier alles ein bisschen dünner machen, schlagsiger, die Hände vielleicht ein bisschen größer. Und vor allem ist das Objektiv, da fahre ich einmal, zweimal richtig die Runde, das soll riesengroß werden, dass es eben schon fast so einen 3D-Look hat. Wenn Sie jetzt dieses Objektiv perfekt von der Mitte aus fotografiert hätten, wäre es auch möglich, mit diesem Werkzeug hier zu arbeiten, mit dem Aufblaswerkzeug. Ich zeige kurz, wie es funktioniert. Einmal reingearbeitet und das geht von innen nach außen. Das heißt, das Zentrum zieht sich so nach außen. Bei diesem Objektiv nicht gerade sehr vorteilhaft, weil es nicht hundertprozentig in der Mitte liegt, aber hier bei diesem Auge, da funktioniert das wunderbar. Ich klicke hier wirklich nur zwei-, dreimal rein. Okay, vielleicht viermal. Genau, dass es aussieht, als wäre eben diese Augenlupe hier oder diese Brille hier eine Art Lupe, sagen wir es mal so. Gut. Auch hier fahre ich noch einmal die Runde, mache das Ganze noch so ein bisschen größer. Optimal. Und jetzt kann wirklich auch Hand am Gesicht angelegt werden. Das heißt, wir können ohne weiteres die Lippen noch ein bisschen größer machen. Ein bisschen ist gut. Und vor allem, gehen Sie so ein bisschen an die Zähne ran. Schauen Sie mal bei den Karikaturmalern, die meistens in der Altstadt rumsitzen. Wenn die Karikaturen machen, die ziehen meistens die Zähne riesengroß. Und wenn man schon Zähne im Bild hat, sollte man die auch richtig zeigen. Auch das Mizi-Werkzeug ist hier eine große Hilfe. Das heißt, man kann hier richtig dicke Dinger machen. Okay. Ja. Hübsch. Gut. Dann die Nase. Ja, die Nase. Die darf ordentlich noch was abbekommen. Achten Sie aber darauf, dass Sie eben nicht im Auge viel machen. Weil wenn Sie jetzt ins Auge reinmalen, dann haben wir das Problem, dass Sie die Pupille hier arg verschieben. Und genau das sollten Sie aber nicht machen, weil die Pupille soll eben rund sein. Sonst wirkt das Bild zu schrill und es sieht einfach uncool aus. Was ist es aber, wenn ich doch diesen Nasenhöcker hier nochmal ein bisschen nach links verschieben möchte? Da gibt es hier ein Tool, das nennt sich das Fixieren-Tool. Und mit diesem Fixieren-Tool können Sie Farbe auftragen. Und jetzt mit dieser Farbe fahre ich genau dem Nasenhöcker hier entlang. Und fixiere eben mein Auge, dass ich dieses Auge auf gar keinen Fall mehr verschieben werde. Jetzt kann ich in mein nach links verschieben Werkzeug gehen und die Nase bearbeiten. So. Wenn das Ganze gemacht ist, gehe ich eine Stufe weiter runter und lösche das Ganze wieder. Und ich habe somit die Nase ein bisschen verschieben können, habe das Auge aber fixiert. Das ist ganz wichtig, gerade wenn Sie jetzt nicht unbedingt solche Bilder machen wie ich, sondern vielleicht einfach nur bei Models ein bisschen was hin und her schieben. Achten Sie darauf, gerade Uhren, Schmuck und so, der soll natürlich nicht verzerrt werden. Und mit diesem Tool kann man das wunderbar alles festhalten und es wird sich nichts verändern. So. Den Arm noch ein bisschen rein. Und dann muss ich selber schauen, ob ich damit zufrieden bin oder nicht. Tja, ich denke, das ist gut. Okay. Das Ganze wird bestätigt. Schauen wir mal vorher nachher. Ja. Das ist super. Das gefällt mir richtig gut. Okay. Als nächstes kommen die Looks dran. Beziehungsweise. Wir können noch eine kleine Sache machen. Hier oben ist noch so ein bisschen, tja. Da könnte noch was reinpassen, oder? Ich nehme mal mir einfach irgendwas. Ich habe hier nämlich ein Bild von einer Satellitenschüssel mir zurechtgelegt. Und natürlich auch von Antennen. Die werden hier mal grob ausgeschnitten und ins Bild gezogen. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich alles brauche. Unter Umständen sieht das nämlich gar nicht so schlecht aus, wenn hinter unserer Dame da noch so eine Satellitenschüssel raus sieht. So ein bisschen schief. Dann sieht das alles so viel technischer aus, oder? Okay. Wie stellen wir das Ganze frei? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich nehme hier mal einfach das Bild, gehe in die Kanäle rein und suche mir den Kanal aus, wo das Blau am hellsten ist. Und das ist meistens im Blaukanal. Perfekt. Ich nehme diesen Kanal und platziere ihn hier auf der neuen Ebene, was dann das Ergebnis hat, dass wir eine Blaukopie bekommen. Diese Blaukopie, die können wir jetzt eben bearbeiten und über Bildkorrekturen gehe ich hier mal in die Tonwerkkorrektur, schnappe mir hier die weiße Bibette und klicke hier mal rein. Zack. Weiß. Nochmal reingeklickt. Schneeweiß. Ideal. Und jetzt schaue ich, dass der ganze Rest schwarz wird. So. Das reicht mir schon. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir haben nichts anderes als eine Art Maske erstellt, die mit gedrückter Command-Taste, wenn man hier in die Blaukopie reinfährt, zack, eine Auswahl bekommt. Okay, die Auswahl liegt auf der anderen Seite. Deswegen müssen wir sie noch umdrehen. Dazu brauche ich ein Auswahlwerkzeug. Werkzeugklick mit rechter Maustaste rein. Auswahl umkehren. Und jetzt haben wir eine Auswahl um das Bild hier eben. Und wenn wir jetzt aus den Kanälen wieder rausgehen in die Ebene rein, können wir einfach eine Maske anwenden. Und voila. Freigestellt. Unser Bild wird hier wieder angemacht. Und man sieht schon, wir haben hier ein perfekt freigestelltes Teil. Kaum weiße Ränder. Sieht cool aus. Und da wir jetzt schon eine Maske haben, nutzen wir diese auch. Ich mache das Bild ein bisschen transparenter. So. Und versuche mir jetzt mal rauszudenken, wo ich denn am besten diese Antenne hier verstecke. Ich glaube, die werden wir hier noch ein bisschen schiefer machen. Und einfach hier reinstellen. Genau. Die Deckkraft wieder nach oben. Okay. Gut. Hier oben sieht der Freisteller nicht so rosig aus. Da war es noch ein bisschen blau. Ist aber kein Problem. Ich schummel da einfach ein bisschen. Und das rate ich Ihnen auch. Sie müssen ja nicht unbedingt jedem sagen, dass diese Antenne so riesengroß war. Sie können ja auch einfach behaupten, dass die genauso groß ist, wie Sie sie eben jetzt gerade gemacht haben. Aus dem Grund richte ich mir das Ganze jetzt mal so ein. Ich werde jetzt hier die Pinselspitze ein bisschen schärfer machen. Auch ein wenig kleiner. So. Die dürfen hier nicht drüber schauen. Der kommt komplett weg. Und hier oben eben, da wo es wirklich nicht so schön ausschaut, versuche ich einen runden Abschluss zu machen. Und das Teil fällt hier einfach raus aus dem Bild. Sorry, hat nicht genug Miete bezahlt. Kommt raus. Okay. Satellitenschüttel ist zwar keine mehr da, aber Antennen sind im Kopf. Perfekt. Und, weil es mich gerade freut, dupliziere ich diese Ebene, spiegel sie mal und baue das Gleiche hier auch nochmal ein. Ich werde das aber ein wenig kleiner noch machen, dass man beim ersten Blick nicht gleich sieht, dass es zwei gespiegelte sind. Würde mir normalerweise vielleicht auch die Arbeit antun, jetzt extra nochmal eine andere Satellitenschüssel auszusuchen. Als nächstes brauchen wir einen Gesamtlook. Mit Command, Alt, Shift und E werden wir wieder unsere Bilder zusammenlegen. Das ist jetzt der Finallook. Und den Finallook, den legen wir eben auch wieder in ein Smart Object rein, damit wir das später vielleicht nochmal ändern können. Über Filter rein in den Camera Raw Filter. Und wenn Sie jetzt keine CC-Version haben oder eine CS6-Version, dann tut es mir für Sie leid. Das kann eben nur in einer dieser neuen Versionen gemacht werden. Was haben wir für einen Vorteil? Wir haben den kompletten RAW-Converter hier wieder offen und können hier jetzt Party machen. Die Kontraste wieder reinholen, die Lichter nach unten schieben, die Tiefen nach oben und vor allem die Klarheit drauf schieben. Jetzt wird natürlich die Sättigung hier im Bild ein wenig extrem. Deswegen nehme ich die Dynamik eine Spur raus. Gehe übrigens auch noch in die Farben rein, in die Sättigung von Grün. Und ziehe mir hier den Grünton, eine Spur nach oben und den Akmarin-Ton sowie den Blauton. Perfekt. Das heißt, alle Töne außer die Haut und die Haare haben sich ein bisschen verstärkt. Und das, was eben vorher zu viel war, das fällt jetzt wiederum raus. Ich ziehe nochmal eine Vignette auf, weil es mir gerade gut gefallen hat am Anfang schon. Setze die in die Mitte rein. So. Nehme die Blautöne ein bisschen raus. Gehe vielleicht mit der Belichtung noch ein bisschen runter. und zentriere somit das Bild. Ich denke, das wäre ganz cool so. Vorher, nachher mal. Ja. Das denke ich. Das passt. Oder ziehen wir sie doch noch ein bisschen auseinander. Okay. Das Ganze wird bestätigt. Abwarten, bis der Ladebalken geladen hat. Und dann wird noch am Schluss das Dodge & Burn gemacht. Und das Bild ist eigentlich dann schon so gut wie fertig. Hoi. Wir sehen, wir haben extrem viel an Helligkeit verloren. Vielleicht doch noch eine Tonwerkkorrektur rein. Und die Mitteltöne so ein bisschen nach oben ziehen. Das passiert halt eben im Raw-Converter. Aber gut. Sie könnten jetzt jederzeit durch diesen Smart-Filter wieder zurückgehen. Und das Ganze wieder regeln. Ich lasse das aber so. Ich finde das cool. Command, Alt, Shift und E. Abermals. Jetzt wird das Ganze dupliziert. Und wir machen aus dem auch gleich eine Gruppe. Damit wir hier unseren coolen Comic-Look eben unterbringen. Die obere wird ausgeschalten. Die untere wird aktiviert. Und über Filter in den Ölfarbenfilter reingegangen. Hier das Kalieren. Und die Posten-Details mal runter. Winkel und Glanzstärke. Okay, gut, die haben jetzt eh nichts mehr damit zu tun. Aber die setze ich auch nach unten. Und gehe mit der Stilisierung nach oben. Und mit der Reinheit nach oben. Zoom mal ins Bild rein. Und schaue mal, was wir gemacht haben. Die Haare. Perfekt. Dadurch, dass die so ein bisschen struppig sind, sieht das einfach cool aus. Auch der Filter hier. Ja. Das ist geil. Genauso soll es sein. Okay. Das Ganze wird bestätigt. Und dieser Filter nimmt uns leider Gottes auch wieder ein wenig an Helligkeit. Aber wir haben ja noch die Original-Ebene darüber liegend. Und genau diese Original-Ebene wird jetzt über Filter mit dem Hochpass-Filter verrechnet. Aber nicht mit dem Schärfungsmodus von 1,7, den ich sonst normal nutze. Sondern ich gehe hier wirklich auf knapp 4 rauf. Und man sieht schon, was passiert. Das ist eine Art Dodge & Burn schon fast. Wenn ich jetzt nämlich diesen Modus Weiches Licht anwende, bekomme ich wieder die ganzen harten und knackigen Kanten raus, die mir vorher verloren gegangen sind. Ich habe somit eine Mischung zwischen diesem Ölfarben-Filter und eben diesen Schärfe-Filter gemacht. Da ich aber eine Gruppe habe und dieser Gruppe auch ohne weiteres eine Maske zuordnen kann, kann ich mir jetzt durch diesen Schärfe-Filter und den Ölfarben-Filter hindurch ein Loch in die Maske reinmalen, das mir dann die Schärfe der Augen wieder zurückholt. Weil die sollte auf gar keinen Fall zu dunkel sein und vor allem auch nicht zu unscharf. Die Augen, die erkennt man. Und das ist dieser Look, der eben so speziell ist, dass es aussieht, als wären die Augen wirklich echt. Der Rest ist aber irgendwie wie Marzipan. Ach, ich liebe das Bild. Finde ich cool. Als nächstes eine Gradationskurve. Die Gradationskurve wird bei mir immer nach oben geschoben und mit Command-I invertiert. Jetzt nehme ich mir einen weißen Pinsel und fange mein Dodge & Burn an. Das Dodge & Burn, das haben Sie vielleicht schon aus älteren Versionen oder Videos von mir gesehen. Da lege ich jetzt einfach überall, wo ich weiße, helle Kanten habe, eben mir meinen Strich rein und zeige Ihnen dann das Ergebnis, was ich daraus gewonnen habe. Gut, fertig ist die Kritzlerei. Lasst uns mal diese Striche noch ein wenig weicher machen. Doppelklick in die Maske rein und die Weichheit der Kante so weit nach oben schieben, bis man diese Striche eben nicht mehr erkennen kann. Für mich ist es jetzt bei einem Wert von knapp 21, würde ich sagen. Schauen wir mal vorher, nachher. Ja. Und wenn Sie jetzt lustig sind und das Gleiche mit Schwarz machen wollen, das heißt quasi noch dunkles Dodge & Burn reinbringen wollen, dann machen Sie das Gleiche hier, ziehen einfach die Gradationskurve hier unten in die Mitteltöne rein, dass das ganze Bild schwarz wird und somit können Sie eben dunkle Stellen dann auch noch ins Bild reinmalen. Ich mache das ein bisschen anders. Ich nehme mir eine neue Ebene und ich sage mal, ich nehme eine Tonwerkkorrektur, gehe über Auswahl in die Farbbereiche und klicke mir den schwärzesten Ton an, den ich hier im Bild finde. Suchen wir mal. Ich würde mal sagen, hier im Helm unten, da ist es mal recht schwarz. So. Gehe auf OK und bekomme jetzt eine Auswahl überall dort, wo es schwarz war. Okay. Soweit verstanden? Sehr gut. Und jetzt kann ich in der Tonwerkkorrektur diese Schwarzwerte entweder hellen oder dünkler machen. Und so habe ich genau den gleichen Effekt erzielt wie beim Dodge & Burn, habe aber wirklich jeglichen Schwarzton im Bild noch ein wenig verstärkt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. Und wenn diese Maske jetzt zu scharf ist, einfach Doppelklick wieder in die Maske rein, die harten Kanten noch ein bisschen weicher machen, wieder rausklicken und fertig ist es. Doppelklick auf die Hand, zeigt uns das Bild in ganzer Größe. Ich würde es noch vielleicht in eine Spur zuschneiden. Und dann sage ich mal danke fürs Zusehen, Leute. Das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Ein Freestyle-Tutorial par excellence. Sollte euch das jetzt Spaß gemacht haben, schaut doch auf eine meiner DVDs, zum Beispiel das kreative Fotodesign. Zeigt genau, wie man solche Bilder macht. Natürlich auch noch mit vielen anderen Techniken. Ich sage mal danke fürs Zusehen. Schweighofer and out. mailu alright. Wir sehen uns gleich wieder. Euch is drauf! fürs Zuschauen! Wir sehen uns zack! Und dann noch mit gli ajuda Untertitelung des ZDF, 2020